Mein Name ist Klaus Reiber, ich bin der Stadtbrandinspektor der Feuerwehr Lampartan. Wir wurden hier gegen 19.30 Uhr alarmiert zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen bzw. Verletzten. Bei Eintreffen an der Unfallstelle wurden beide Personen schon rettungsdienstlich versorgt. Eine Person ist leider verstorben, sodass wir unsere Arbeit nur auf Sicherungsmaßnahmen der Unfallstelle beschränkt haben. Wir leuchten noch die Einsatzstelle aus, damit die Polizei ihre Arbeit tun kann und hier die Unfallursache ermitteln kann. Untertitelung des ZDF, 2020